Die besten Sterbenjungen lautet ein bekanntes Sprichwort. Ganz so drastisch wird es in der heutigen Show nicht. Trotzdem sprechen wir heute über Karriereenten. Große Karrieren, die aufgrund Verletzungspech gestoppt werden mussten. Oder junge Fahrer und Fahrerinnen, die ihre Lorbeeren erst gar nicht ernten konnten. Wir sprechen heute anlässlich Lisa Brennauers Rücktrittserklärung vom Sport über Sportler und Sportlerinnen, die ihre Laufbahn zu früh gestoppt haben. Die Tour de Femme aufgrund von mangelnden Erfolg zu beenden? Pustekuchen. Die Einschaltquoten sind da und die können sich ganz schön sehen lassen. Ganz genau wie der Abstiegskampf im Fußball. Ob das für den Radsport auch gilt? I doubt it. Wie hast du so dein Sommerloch gestopft? Hast du Tour de France geguckt oder Fußballfrauen-EM? Ich habe beides geguckt tatsächlich, aber es waren ja gleich zwei Tour de Franzen und die haben auch für ordentlich Fernsehzeit gesorgt und wohl nicht nur bei mir, denn die Einschaltquoten der Tour de France Femme und auch der Männer sind da und die sind ganz schön beeindruckend. Knapp 20 Millionen Zuschauer haben die Tour de France Femme gesehen. Das ist so ungefähr die Hälfte der Männer und das sind schon beachtliche Zahlen, oder? Ja, man muss ja auch bedenken, dass die ja nur acht Tage hatten. Die Männer hatten 21. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie was auswirken würde. Ganz kurz noch, wir reden über Frankreich übrigens. Ah, wir reden nur über die Einschaltsquoten in Frankreich. Auf jeden Fall ist ja auch immer zu schauen, wann gab es die meisten Zuschauer, oder? Ist es die letzte Etappe oder? Bei den Frauen schon, ja. Bei den Frauen war es die Schlussetappe auf La Superplanche de Bellefie mit insgesamt 5,1 Millionen Zuschauern zu Hause am Bildschirm. Bei den Männern war es die Alpe d'Huez-Etappe am Bastille Day von insgesamt 6,4 Millionen eingeschalteten Fernsehgeräten. Nicht schlecht, damit könnte man so einige Fußballstadien füllen. Im Fußball ist ja auch am Ende der Saison immer noch so Abstiegskampf und da sind die Einschaltquoten auch immer ganz gut. Wie sieht denn das im Radsport aus? Ja, im Radsport muss man sich natürlich auch als Worldtour-Team über die Punkte mittlerweile qualifizieren, um im nächsten Tag, äh, im nächsten Jahr eben nochmal einen Platz in der Worldtour-Team-Liste zu bekommen. Und da wird es dieses Jahr für einige Teams ganz schön eng. Ein Grund, warum zum Beispiel jetzt Movistar gesagt hat, okay, wir fahren ganz spät am Ende des Jahres nochmal die Tour auf Langkawi, um dann noch letzte Punkte abzusahnen, ist natürlich für die Fahrer eine immer länger werdende Saison und immer weniger Zeit aus sich zu erholen. Ja, also ich würde mir auf jeden Fall als festangestellter Radprofi feste Urlaubstage einschreiben und schon mal Urlaub nehmen. Nicht, dass ich dann noch, äh, ja, kurz vor Dezember in China irgendeine Rundfahrt fahren muss. Das ist auf jeden Fall hart. Und der Tobi, der hat ja noch eine ganz gute Idee, wie er sich den Abschiedskampf im Radsport vorstellt, oder? Ja, um sich einfach das Vorbild des Fußballs zu nutzen, ähm, ein Relegationsspiel zwischen den, äh, letzten beiden Teams und dann einfach ein Teamzeit fahren, 30 gegen 30, einfach mal gegeneinander ballern. Wer am schnellsten, äh, 100 Kilometer fährt, der bleibt in der ersten Liga des Radsports. Gute Idee, das machen wir so und jetzt quatschen wir über Karriere Ending. Wie bereits angesprochen war Lisa Brennauer mit ihrer Rücktrittserklärung nach diesem Jahr der Auslöser für das Thema der heutigen Show. Sie beendet ihre Karriere mit 34 Jahren nach der Saison 2022. Und Tobi fand, das kam ihm zu früh. Ich finde auf jeden Fall, denn, äh, Lisa Brennauer, die hat im vergangenen Jahr so viele Erfolge gefeiert mit, äh, Olympiasieg. Sie ist mehrfache deutsche Meister, amtierende deutsche Meisterin, weiterhin im Zeitfahren. Und ich finde, mit 34 Jahren kommt für mich das Karriereende zu früh. Und ich hätte sie gerne länger fahren sehen. Okay, dann einigen wir uns einfach darauf. Du hättest sie gerne noch länger aus Fanperspektive fahren sehen. Allerdings muss man ihr natürlich zugutehalten. Wie geil ist es, wenn du deine Karriere auf dem Höhepunkt beenden kannst? Ja, dazu noch bei den Europäer- oder Europameisterschaften, quasi in der Heimat in München. Wenn sie das noch abschließen würde mit einer guten Platzierung oder vielleicht sogar einem Sieg auf der Zielgeraden, umso besser. Aber es gibt noch so ein paar da, oder einige Fahrer von Fahrerinnen, wo man sich auch noch denken könnte, das kam ein bisschen zu früh. Ja, München ist da auch schon ein ganz gutes Stichwort. Europameisterschaften, die Strecke hast du dir angeguckt. Und zwar mit Markus Burkhardt. Und der musste seine Karriere ja auch verfrüht mit 38 Jahren beenden, wegen einer Handverletzung. Ja, er kam da unglücklich in einem Kreisverkehr in Polen zu Sturz und hat sich einen komplizierten Bruch am Handgelenk zugezogen. Er hat mir gesagt, er wollte auf jeden Fall noch zwei Jahre weiterfahren und dann für sich entscheiden, wann er seine Karriere beendet. Aber das kam ihm dann ein bisschen zuvor. Und ja, jetzt macht er was anderes. Ist natürlich aber trotzdem auch hart, wenn du dann, er hat ja auch lange Zeit noch versucht, zurück in den Sport zu kommen. Diese Ungewissheit ist, glaube ich, etwas, ja, wenn man eine Karriere beendet, dann möchte man das vermutlich einfach selber tun und das nicht von externen Faktoren entscheiden lassen. Das hat Anna van der Breggen getan. Die hat 2021 ihre Karriere beendet, die mehrfache Weltmeisterin mit 31 Jahren. Auch ein junges Alter, sie war auch immer noch extrem erfolgreich. Und was ich krass finde, ist, dass sie sich die Tour de France Femme hat durch die Lappen gehen lassen. Ja, als Fahrerin schon, aber sie saß ja immer im Auto dabei. Also sie hat als sportliche Leiterin jetzt fungiert und dort die taktischen Anweisungen an ihre ehemaligen Teamkolleginnen gegeben. Da kann man wahrscheinlich auch von profitieren, aber ich hätte sie sehr gerne an der Superplanche de Baffi gegen Annemiek van Floyten im Berglaufkampf gegeben. Das wäre vielleicht auch ein bisschen knapper ausgegangen, die Tour. Also da haben wir auf jeden Fall ein kleines Spektakel verpasst. Und ja, der nächste Sportler, den wir auf der Liste haben, der kommt aus Deutschland, heißt Marcel Kittel, hat die Haare schön und seine Karriere extrem früh beendet, mit 31 Jahren bereits verfrüht in der Saison 2019. Ja, und wenn wir sehen, andere Sprinter wie Mark Cavendish, die blühen auch nochmal im späten Alter zu Höchstleistungen auf. Das hätte ich in Marcel Kittel, wenn er wieder das Mindset dazu gehabt hätte, auf jeden Fall auch zugetraut. Und dann hätte er ja noch mehr Tour de France Sieger einfahren können. Wobei man muss sagen, wir beide haben ihn kennenlernen dürfen im Rahmen des Eine-Runde-Mit-Videos. Er machte mir einen sehr, sehr glücklichen Eindruck, auch im Reinen mit der Entscheidung. Also vielleicht wieder hier aus Fanperspektive zu früh. Aber aus Sportlersicht, glaube ich, war das eine gute Entscheidung. Ja, viele werden ihn vielleicht gar nicht mehr kennen, Silvio Herklotz. Aber uns beiden ist er auf jeden Fall ein Begriff. Ja, er ist ein Jahr jünger als ich. Und ich glaube, er ist genau zwischen uns quasi, so ein bisschen. Mega Talent, im ersten Jahr Männer, die Tour d'Alsas gewonnen. Richtig schwere Rundfahrt, auch da an der Superbranche, viel in der Region. Und er wurde so ein bisschen verheizt und hat dann auch ein bisschen Knieschmerzen gehabt, Verletzungspech. So richtig, die Lorbeeren, die man immer so gehofft hatte, konnte er gar nicht ernten. Nee, er ist dann nochmal Profi gewesen bei Bora nochmal eine Zeit lang. Ist dann zu Burgos BH, glaube ich, gegangen nach Spanien. Wurde aber auch nicht mehr so richtig glücklich. Hat er mit nur 24 Jahren seine Karriere beendet. Ziemlich früh, aber immer noch eine längere Karriere gehabt als Adrian Costa. Den werden wahrscheinlich auch viele Zuschauer nicht kennen. Allerdings handelt es sich dabei um einen jungen US-Amerikaner, der wirklich so der Deal war im Radsport. Also so Remco Evenepoel-Style. Und der hat sich dann mit nur 17 Jahren gesagt, er hat keinen Bock mehr auf Radsport. Nachdem er schon Stagia, glaube ich, dann bei, mit 19 Jahren, Entschuldigung, Stagia war er bei Ethics Quickstep, hätte er nicht sein können, wenn er erst 17 gewesen sei. gewesen wäre. Und der hat dann gesagt, er hat keinen Bock mehr und ist dann klettern gegangen. Ja, und dabei ist dann ein schlimmer Unfall passiert. Irgendwie in einer Felsspalte hängen geblieben oder abgestürzt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und dann musste ihm ein Bein amputiert werden. Und das sorgte dann für sein endgültiges Karriereende nach seiner Sabbatical-Findungsphase. Wen ich mir auch noch aufgeschrieben habe, wer so ein bisschen aus meiner Sicht zu früh seine Karriere aufgehört hat, ist Jan Ulrich. Ich muss ihn leider nennen. Es gibt Gründe, warum er seine Karriere beenden musste. Aber als Fansicht hätte ich ihn halt gerne nochmal gesehen, wie er eine Tour de France gewinnt oder vorne reinfährt. Gerain Thomas mit 36 hat er es auch geschafft. Jan Ulrich hat mit 32 seine Karriere beendet. Und da muss ich aus Fansicht einfach sagen, dass es für mich zu früh war. Ja, kann ich verstehen. Trotzdem mit Olympiasieg, Tour de France-Sieg etc. Er war schon extrem erfolgreich. Aber gebe ich dir. Ich glaube, bei wem wir uns einig sind, ist beim Sporter Dominik Nerz. Der ist eine Zeit lang noch bei Bora gefahren, als die noch gar nicht in der World Tour waren. Extrem talentierter junger Fahrer. Auch mal beim Team BMC unter Vertrag gewesen. 14. Und der hat seine Karriere sehr früh beenden müssen. Mit 26 Jahren nur, weil er es einfach übertrieben hat. Ja, er war magersüchtig. Er hat das auch in einem Buch niedergeschrieben. Also ging er durch eine harte Zeit. Hatte auch Probleme, glaube ich, so wie so Flashbacks, weil er so ganz schlimme Stürze erlebt hatte. Hat sich nicht mehr wirklich wörel. Im Fahrerfeld selbst gefunden. Hatte immer Angst oder Schiss jetzt zu stürzen. und hat dann, ja, um die Lorbeeren zu ernten, die er sich holen hätte können, zu früh aufgehört. Aber für ihn persönlich, für seine persönliche Gesundheit, war es wahrscheinlich doch der richtige Schritt, die Karriere zu beenden. Das trifft sich ganz gut. Da haben wir direkt den nächsten Fahrer, für den das vermutlich gelten wird. Sonny Colparelli. Der hat ja im letzten Jahr, nee, Anfang dieses Jahres war es sogar, so lange ist es noch gar nicht her, im Ziel einen Herzstillstand erlitten. Und seitdem versucht er, oder sein Comeback ist ungewiss, er hat noch Vertrag bis 2023. Aber ob man ihn jemals wieder zurück auf dem Rad sehen wird, wer weiß. Ja, ihm ist es sogar per Gesetz in Italien untersagt, mit so einem Herzschrittmacher an Profisport teilzunehmen. Deswegen, solange dieser Herzschrittmacher da in ihm ist oder kein Arzt der Welt wird, irgendwie eine Garantie ausstellen, der kann bedenkenlos fahren. Deswegen ist das noch ein Prozess, den man jetzt beobachten muss. Und bei ihm definitiv zu früh. Oder er war gerade auf dem kompletten Peak seiner Karriere. Unfassbar, wie erfolgreich er letztes Jahr wird. Er war Europameister, Paris-Roubaix gewonnen. Da wäre jetzt eigentlich nur richtig viel gekommen, denke ich. Hätte vielleicht auch jemand sein können, der Wout van Aert mal ein bisschen in Bedrängnis bringen könnte. Weil der fährt auch gut bergauf. Ja, sehr schade, dass der Italiener seine Karriere wohlmöglich schon beenden muss. So, einen letzten haben wir noch, bevor wir zu dir kommen, Tobi. Andy Schleck, mein persönliches Idol, mit 29 Jahren seine Karriere beendet, nachdem er zu Anfang sehr, sehr erfolgreich war, gleich mit weißem Trikot beim Giro eingestiegen, war dann irgendwie in den letzten Jahren nach seinem Beckenbruch bei der Tour de France nicht mehr so richtig auf Trab bei Trek und hat dann seine Karriere früh beendet. Einer, der ihm in Sachen Erfolg und Charisma in nichts nachstand, das war Tobias Knaub. Und ich habe es in den Kommentaren schon mehrfach gelesen, dass die Leute auch wissen wollten, warum wir eigentlich in so jungen Jahren mit 26 und wie alt bist du? 28, gell? Ich bin jetzt 29. Ah, schon so alt. Ja, so alt bin ich schon. Mit 29 denn hier schon im Studio sitzen anstatt draußen auf dem Rennsattel? Ich bin einfach so gerne mit dir hier. Nee, bei mir war es als KT-Fahrer, bist du gezwungenermaßen eigentlich, ja, musst du dir ein zweites Standbein aufbauen und bei mir war es ein Studium und das hat schon ziemlich lang gedauert. Schule hat auch ein bisschen länger gedauert. Ich war da nicht der Fleißigste. Ich war fleißig auf dem Fahrrad, habe dann aber auch irgendwann gemerkt, wenn man mal ein Rennen gefahren ist mit einem Toursieger oder anderen Jungs, die jetzt die großen Namen sind im Radsport, so viel Talent wie die Jungs hast du einfach nicht. Du wirst, du könntest vielleicht einen guten Helfer abgeben, aber wenn du dann nie die Chance nicht hattest oder das Quäntchen Glück vielleicht auch mal gefehlt hat, dann war ich so realistisch einzustehen, irgendwann muss Schluss sein und habe dann irgendwann Schlussstrich gezogen und mein Studium fertig gemacht und habe jetzt den besten Job der Welt. Ich darf deine Fahrräder reparieren. Ja, wer hätte das gedacht? Also auch in deiner Karriere gab es noch einige Schritte nach oben auf der Leiter. Bei mir war es eigentlich ähnlich, nur dass ich noch ein bisschen früher die Segel gestrichen habe. Ich hatte mir damals immer so das letzte Jahr U23 als letztes Jahr gesetzt. Dann war ich in der Zeit, aber gerade hatte ich mein erstes Studium an den Nagel gehängt und hatte dann eben auf den zweiten Studienplatz gewartet und habe mir dann gedacht, komm, ein Jahr machst du noch. In dem Jahr hatte ich tatsächlich nicht mehr so viel Freude, auch so ein bisschen die Lust dann am Radsport verloren und deswegen war für mich die Entscheidung dann, okay, ich fahre noch ein paar kleine amateurhafte Rennen rund um die Mülltonne in Dorf XY, aber mit dem großen Radsport, da habe ich ganz genau wie du einfach irgendwann gesehen, okay, ich habe Talent, aber wirklich nicht so viel wie die Jungs, die da vorne einfach richtig rumrasen. Und ja, das ist was, das hat an mir persönlich ein bisschen auch geknabbert am Anfang, weil das muss man sich ja auch erst mal selber eingestehen. Aber wenn man sich damit einmal abgefunden hat und dann hat man danach einfach nur noch mehr Bewunderung für die Profis und Profisportler, die da oben eben rumfahren und ist begeisterter Fan hier bei GCN. Ja, das war der Abschluss. Jetzt die Frage an die Zuschauer. Gibt es noch Fahrer oder Fahrerinnen, die eurer Meinung nach die Karriere zu früh beendet haben? Dann lasst es uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wie immer, gespannt, was ihr da noch so auf Lage habt. Richtig, danke fürs Mitmachen. In den Tech News gibt es heute was für alle Graveler unter unseren Zuschauern, natürlich auch für andere Sportler, auch Mountainbiker, Mountainbikerinnen, aber ganz besonders interessant fanden wir es eben für die Szene, die gern Offroad unterwegs ist. Ja, dazu gibt es bei Komoot, unserem Partner und Navigationstool, ein neues Feature, eine neue Sache, die man ausprobieren kann, und zwar der Trail View. Das heißt, wie so ein Google Street View für den Trail, also durch eine künstliche Intelligenz, werden Fotos von verschiedenen Highlights einfach einem Trail zugeordnet. Und wenn man dann eine Strecke plant, man hat das Gravelbike ausgewählt und ist sich nicht ganz sicher, kann ich da überhaupt runterfahren, ist das nicht zu Mountainbike-lastig oder brauche ich dafür ein Enduro-Downhill-Bike, dann kann man sich anhand der Fotos einen ersten Eindruck machen, wie die Strecke da aussieht und dann seine Route dementsprechend planen. Mega geil. Werden wir auch mal aufprobieren bei der nächsten Gravel-Tour und dann gucken wir uns das Feature mal an. Selbstverständlich haben uns auch diese Woche zahlreiche Fotos in der GCN Inspiration erreicht, oder Inspiration, wie man auf Deutsch sagt. Dazu geht man einfach in die GCN-App, lädt sich die runter, lädt ein Foto hoch unter der Rubrik oder dem Segment Inspiration und dann hat man eine Chance auf coole Gewinne, drei Stück die Woche und du machst Platz drei. Genau, der geht in dieser Woche an Broadcast, der war auf der Originalstrecke der Tour de France in Dänemark unterwegs und hat an der 10-Kilometer-Marke gesehen, dass die Fans dort schon vier Stunden vor dem Start ausgelassen gefeiert haben und dafür gewinnt er. Zwei Elite-Wasserflaschen, um auch bei Hitzeausfahrten gut versorgt zu sein. So geht's auch an Platz zwei, der J. Höhne 1231. Der war ganz weit unterwegs oder weit weg unterwegs. Der war in Beijing und hat dann einen kurzen Stop gemacht an der Kunstgalerie im Norden und hat dann dieses Foto eingesendet und das hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, der Preis erreicht dich auch, falls du immer noch dort bist. Richi, was gewinnt man eigentlich diese Woche? In dieser Woche gibt's die Thermosflasche von GCN. Der Winter soll kalt werden und da kommt das ja wohl. Wie gerufen, herzlichen Glückwunsch zu Platz zwei. Den Platz eins, den teilen sich heute zwei Zuschauer beziehungsweise ein Zuschauer und eine Zuschauerin und die eine, die hing nur hinten im Anhänger und zwar die einjährige Tochter von Urkel89. Der war nämlich nicht mit seiner einjährigen, sondern einmonatigen Tochter hinten im Radanhänger unterwegs. Hat sich wieder in Shape gebracht, nachdem er während der Schwangerschaft einiges zugenommen hatte wahrscheinlich. Und ja, für diese Anstrengung gibt's bei uns in dieser Woche Platz eins. Und natürlich auch zu unserem GCN Pursuit T-Shirt in strahlendem Blau und dem roten Hoodie, denn diese beiden Sachen gibt es in dieser Woche für Platz eins. Ich denke auch, die Tour de Femme-Siegerin 2040 steht dann auch fest. Also die einmonatige Tochter wird wahrscheinlich jetzt auch ziemlich Radsport begeistert sein. Und das war's für diese Woche mit der GCN Inspiration. Die Race News in dieser Woche aus Aktualitätsgründen live kurz und knackig aus meinem Kinderzimmer. Und wir starten auch gleich rein mit der Polen-Rundfahrt, die am vergangenen Freitag zu Ende gegangen ist. Und die war aus Sicht der Dachregion definitiv erfolgreich. Pascal Ackermann gewann die vierte Etappe und Phil Bauhaus, der dachte sich auf der fünften, das will ich auch und schießt die gleich auch noch ab. Die Gesamtwertung schnappt sich Ethan Hather vom Team-Mini aus Grenadillas. Er konnte auf der sechsten Etappe im Zeitfahren das Liedertrikot von Sergio Iguita vom Team Borahansgrohe schnappen und hat das auch bis zum Ende der Rundfahrt nicht mehr hergegeben. Machen wir weiter mit der Burgos-Rundfahrt, die ja vor allem aufgrund dieses heftigen Sturzes rund um David Decker auf der zweiten Etappe in der Presse war. Danach starke Diskussionen zwischen Veranstaltern und zwischen den Fahrern. Wir sprechen nochmal ausführlich in den Radsport-News drüber. Wollen aber dabei nicht vergessen, dass es auch aus sportlicher Sicht einen Sieger gab. Pavel Sivakov aus Frankreich, der schnappte sich die Rundfahrt vor Joao Almeda und Michel Angel Lopez. Machen wir weiter mit den Commonwealth Games, also dieser Art Mini-Olympischer Spiele zwischen den einzelnen Commonwealth-Nationen. Und zwar wurden die gewonnen bei den Männern von Aaron Gate vor Daryl Impey und Finn Crockett und bei den Damen sicherte sich Georgia Baker vor Nia Evans und Sarah Roy den Sieg. Auch in Belgien wurde Radrennen gefahren bei der Runde von Löwen, der Tour of Löwen. Hier gewinnt Victor Kampanaz im Zweiersprint gegen Synex Stieber. Dahinter gab es eine heraneilende Verfolgergruppe. Hier sicherte sich im Sportrang 3 Alexander Christoph aus Norwegen. Und zu guter Letzt haben wir noch erfreuliche Nachrichten für die Dachregion von der ersten Pyrenäenrundfahrt der Damen. Hier einmal mehr erfolgreich Riccarda Bauernfeind. Die wird insgesamt Dritte der Gesamtwertung, wird zweimal Zweite auf den Etappen. Und ja, die Gesamtwertung geht am Ende an die US-Amerikanerin Christa Döbel-Hickhock vor Eri Yonamine aus Japan. Das waren die Race News für diese Woche. Zurück ins Studio. Auch in dieser Woche gibt es wieder einige Radrennen auf GCN Plus. Einen voran die Tour de La, die am 9. August startet und bis zum 11. August geht. Dann vom 9. bis zum 14. August Battle of the North und die Euro-Metropole-Tour am 10. August. Außerdem haben wir noch das Arctic Race of Norway vom 11. bis 14. August bei GCN Plus. Sowie, dass die Europameisterschaften in München vom 11. bis 21. August werden bei uns übertragen. Und natürlich haben wir auch jede Woche eine frische Doku. Richtig. Und in der bin ich zu sehen. Neben vier anderen Präsenter-Kollegen, wir haben herausfinden wollen, wer der beste Radsportler aus der jeweiligen Nation mit einem 150, nee, 200 Euro Rad auf Ebike, auf Ebay. Und wer dabei die Nase vorne hat am Ende, das solltet ihr euch anschauen. In Sachen Wording auf jeden Fall nicht ich. Ja, dann haben wir noch, oder wir versuchen ständig unseren Dienst für euch bei GCN Plus zu verbessern. Dazu gibt es wieder eine Umfrage. Den Link findet ihr auf jeden Fall unter diesem Video. Und wenn ihr dort mitmacht und eure Meinung kundtut zu unserem GCN Plus Angebot, dann habt ihr auch noch die Chance für eure Meinung oder eure Feedback 300 Euro bei Amazon abzuschauen. Lohnt sich, mach ich auch mit. Wir mussten leider letzte Woche einige schwere Stürze sehen, sowohl bei der Polen-Rundfahrt auch als bei der ersten Etappe der Volta Burgos, wo so ein, ja, Geschwindigkeitsdämpfer, Speedbump, im Neudeutsch genannt, einen Massensturz ausgelöst hat, der ganz schön heftig war. Ja. Team Rosen hat die Etappe gewonnen, aber der eigentliche Sprinter David Decker, der war mit Kopf runter auf die Zielankunft im letzten Kilometer so dabei bedacht, dieses Hinterrad seiner Männer zu folgen, dass er den Speedbump nicht gesehen hat und den Lenker verlor und dann hinter ihm das große Chaos war. Ja, und Edo Affini, der ebenfalls bei Jumbo Wismar fährt, der ist dann Zweiter geworden, weil eben hinter dem Jumbo-Train, hinter dem Jumbo-Zug alle gestürzt sind. Und der hat dann eben hart die UCI und den Veranstalter angegriffen, dass das eben nicht sein könnte im Finale, einer solchen Etappe. Und jetzt hat der Veranstalter sich wiederum zu Wort gemeldet und gesagt, ja, Jungs, ganz ehrlich, das war die Schuld von David Decker, der hätte den Lenker eben besser festhalten müssen. Hat danach seine Aussage nochmal ein bisschen revidiert, hat eben gesagt, Jungs, ihr könnt nicht immer nur uns den schwarzen Peter zuschieben, wir versuchen hier ein Radrennen für euch zu organisieren. Im Finalbereich irgendeine Strecke zu finden, wo wirklich gar nichts auf der Straße ist, ist für uns eben auch super schwer, in Anbetracht der Tatsache, dass da eben auch nur bestimmte Strecken gesperrt werden können. Ich denke, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte und was ich gut fand, war, dass der Veranstalter gesagt hat, ja, wir haben versucht, es auch vor der Etappe eben zu kommunizieren, aber im Eifer des Gefechts dann so im Finale. Ja, ich habe auch nur ein Foto gesehen, wo ganz im Hintergrund eine Person stand mit einem Schild, Achtung, hier kommt jetzt eine Bodenwelle, dass das natürlich irgendwie bei 70 kmh bergab an einem vorbeigeht, ist natürlich auch klar und jede Zielankunft auf irgendeinen Motorrennkurs zu legen, finde ich jetzt auch nicht besonders schön, aber das klingt für mich danach, dass sich Rennfahrer, Veranstalter und die UCI mal an einen Tisch setzen müssen und da diskutieren müssen, wie man da eine bessere Lösung findet, weil, ja, solche Stürze will man nicht mehr sehen. Der Kommentar der Woche geht an Christian Breit und der hat kommentiert, er fährt zweimal die Woche morgens zur Arbeit. Er steht um 2.20 Uhr auf, fährt um 2.35 Uhr ab, um dann 76 Kilometer nach Speyer zu fahren, Arbeitsbeginn dort 6 Uhr. Er sagt, dass der Pfälzer Wald um diese Uhrzeit ihm alleine gehört und er findet es mega geil. Ich finde es mega verrückt und deswegen war das für mich der Kommentar der Woche. Kranker Typ, auf jeden Fall. Vielleicht fährt er ja auch mit Power-Meter und Herzfrequenz. Auf jeden Fall waren weitere Kommentare unter deinem Video, zum Beispiel von Friedrichs. Ihm reicht zum Beispiel Herzfrequenz völlig als Hobbysportler aus. Ja, Power-Meter wären ihm zu teuer. Ich muss auch sagen, so ein Herzfrequenz-Sensor, der reicht auf jeden Fall auch und ich denke, wir beide haben beide auch mit Herzfrequenz angefangen. Ja, auf jeden Fall und die anderen beiden Kommentare, die ich noch mitgebracht habe, die sagen eben genau das. Der eine sagt, weder noch nur Freude am Fahren, wieder ein anderer hat beides am Rad. Also ich glaube, dass man da eben ganz individuell einfach gucken muss, was für einen am besten ist und dann zählt am Ende, ob nur mit Herzfrequenz, ob mit Power-Meter und Herzfrequenz oder ohne alles die Freude am Radfahren. Ich habe die letzte Woche wieder ein schönes Foto aus meinem Fundus an verrückten Bildern aus dem Radsport ausgepackt und dabei diesen Liquigas-Fahrer auf den platten Reifen gefunden und der Josch hatte dabei die beste Caption, da mussten wir auf jeden Fall sehr schmunzeln. Ich, wie ich Pflege- und Reparaturvideos von GCN gucke, aber danach das dreckige Rad wieder in den Kellerflanke. Niemand hat dich so sehr wiedergespürt wie Richard Weinsheimer, denn dem geht es genauso. Und ja, für diese wunderbare Caption gibt es hier immer eine GCN-Trinkflasche. Ja, mag auch Braucher nicht auf jeden Fall, aber ich finde es witzig, dass er sich die Videos anschaut, aber dann sein Rad trotzdem nicht putzt. Vielleicht mag er einfach dich, wer weiß. Ja, in dieser Woche gewinnt, ne, gewinnt niemand, es hat gewonnen, Cécile Utrop-Ludwig, und zwar die dritte Etappe der Tour de France. Danach brach sie mit einer schönen Fanta auf dem Boden zusammen und hat wahrscheinlich die Emotionen eben einfach genossen. Für uns bietet das die Vorlage für die Caption-Competition in dieser Woche. Meine wäre, schönes Fako, das geht gut nahe, schläft es gut. Schöne Fanta Korn. Ich denke, das wird nicht drin gewesen sein, wobei, wer weiß, was die da in Dänemarks und sich reinkippen, um da schnell unterwegs zu sein. Fako, Tobis Vorschlag, was sind eure? Die Woche startet auf jeden Fall, dass ich im Urlaub bin, aber am Donnerstag gibt es ein Video zum Reifendruck und Richard hat dazu höchst professionell Reifendrücke getestet und liefert euch die Ergebnisse. Ich hatte wegen dir immerhin einen Barometer dabei, also so ungenau. Ja, den musst du mir noch wiedergeben. Oh, stimmt. Da hast du recht, mache ich nachher. Am Samstag haben wir dann das Pro-Bike von Lorena Wiebes, der zweifachen Etappensiegerin bei der Tour de France FAMM für euch. Stimmt, ich habe jetzt trotzdem wieder die ganze Zeit FAMM gesagt, aber ich wollte dich am Ende darauf hinweisen, dass du die ganze Zeit FAMM sagst. Hast du es denn richtig gesagt? Ich habe meine ich FAMM gesagt. Verdammt, alles klar. Am Sonntag haben wir dann eine wunderschöne Runde, die schönste Runde der DACH-Region gedreht. Tobi war auch mit dabei, ihm hat es auch gefallen und das Video kommt am Sonntag raus. Ja, das ist auf jeden Fall, wenn ihr noch eine Postkarte braucht, dann einfach mal ein paar Screenshots unterwegs machen und am Montag geht es dann in die Werkstatt und ich zeige euch Dinge, die man am Fahrrad auf jeden Fall nicht fetten sollte. Alles klar. Was hast du als Fett gehabt? Butter, Olivenöl oder Kettenöl? Margarine. Margarine, alles klar. Die vegane Option hat der Tobi gewählt. Dann sagen wir, Tschüssi. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht, Tobias. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Wenn euch das genauso viel Spaß gemacht hat, dann lasst jetzt noch ein Abo da, ein Like fürs Video und dann haben wir es auch geschafft. Der Mann ist einfach so professionell. Traum.